Einen wunderschönen guten Morgen. Der Lockscreen, der Sperrbildschirm, der erfuhr mit iOS 16 seine größte Änderung seit jeher. Das kann ich natürlich nicht unkommentiert lassen, obwohl sich die Neuerungen dort weitgehend selbst erklären. Man muss niemandem zeigen, wie man dort ein Hintergrundbild ändert. Aber mit der Fokus-Mode-Anbindung, mit Automation und mit den unzähligen Widget-Ups wird es komplex. Deshalb lasst uns doch gemeinsam einen Blick darauf werfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017